und peace und hier sind wir wieder bei einer weiteren folge Captain Tsubasa und ja wir nähern uns jetzt so langsam dem Ende der ersten Story ja genau wir haben jetzt das Finale gegen die Toho Akademie ja würde ich sagen starten wir doch dann jetzt auch mal direkt mit dem Finale und ja dem Ende der ersten Story dann würde ich sagen gehen wir da mal rein es geht sogar ohne zicken geht es direkt los ja was er fängt direkt an was alter boah was der Ball ist kaputt alter was zum heiligen das könnte anders belastend werden aber ganz anders nein nein Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, Alter. What? What? Was macht er denn? Oh, ich hab einmal zu viel gebraucht, glaube ich. Was? Bruder! Wenn er auf Eis wäre, wie lange konnte er denn rutschen, Alter? Jetzt Tsubasa... Nein! Er konnte nicht ganz aufladen. Ah! Fuck! Ah! Warum hat er denn nicht aufgeladen, Alter? Ich konnte keinen Topspin machen. Fuck! Das ist natürlich... Was? Das ist natürlich anders belastend. Ja, das war's natürlich komplett an der Stelle. Das wird jetzt anders haarig, Alter, gegen die Toho Akademie. What? Jetzt, komm ran! So ein Ding ist das. Scheiße, was ich hier eigentlich mache, Alter. Dass ich die hier alle ins... Dings hole. Warum ladet er nicht? Ach, Mann! Was? 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 Ja! Tschüss! Die Abwehrtechniken, Alter! Das wird natürlich jetzt anders haarig, Alter. Gehen die... Bist du mit? Achtung! ich konnte wieder nicht ganz aufladen er hätte mir den ball abgenommen das wird nichts sein wille ist ja nicht mal hälfte runter ja doch jetzt was die zwei abwehrleute brauchten für den ball nein 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 jetzt zieh so ein schmutzbengel jetzt wir dürfen den definitiv nicht mit dem ball nach vorne lassen ich habe einen schmutzbengel Das wird echt anders belastend. Was? Die werden echt... Nein, 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 den dürfen wir nicht nach vorne lassen, Alter. So ein Tiger-Schuss, Alter. Sein Wille ist gut runter, Alter. Vielleicht schaffen wir es doch noch in der ersten, da einen reinzuknüppeln. Ja, was? nein 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 dann dürfen wir nicht vorne schießen lassen ja was war das denn einfach ist euch was wisst euch jetzt auch wie die mir ständig reinlaufen jetzt wollen sie es aber richtig jetzt schaffen wir nicht erste halbzeit ist gleich vorbei was machst du denn da ich konnte wieder nicht ganz aufladen das wird echt anders belastend alter Ah, scheiße. Ich glaube, das könnte es gewesen sein. Ah, scheiße. Verdammt Das ist ein Traum, das ist ein Traum. Das ist mein Geheimnis. Ich habe mich mit den Nankatsen gegründet. Das ist mein Geheimnis! Zubasa... Wenn ich die V3-V3 nicht geschafft habe, dann habe ich mich in Japan gegründet. Es gibt keine Verlangenzen. dass ich es im Spiel zu bringen, was ich in die Ausstellung ausgesucht! Ich habe mich mit den Karten gesessen und mit der V3-V3 vorgestellt. Ich habe das unterrichtetert, weil ich mich patrizielle von dir ist. Ich habe das in der investmentsmögliche, aber auch im Weg zu sein! Wenn du dich in der zweiten Halbzeit hast, dann kommst du da hin. Ist das gut, Sibasa? Ja! Oh, Sibasa, was ist denn? Ja, das ist okay. Ich habe auch eine Behandlung gemacht, aber ich werde auch in der zweiten Halbzeit gehen. Das war's für mich. Was ist das, Tzbasa? Du bist so wunderschön. Du bist so wunderschön. Ach, nein. Entschuldigung. Los, wir machen auch noch die Nachwuchs! Ja. Gehen wir alle. Wir sind der夢, denn ich bin so wunderschön. Was ist das? Was ist das? Hahaha Okay, los geht's! Kouha-Zen! Ah! Touhou-Version! Oh, das ist aber auch so lange zum Aufladen drauf, Alter. Aber sein Wille ist nicht ganz voll. Vielleicht könnte das ja unser... What? Vielleicht könnte das ja doch jetzt... Was? Alter. Oh, ja, und er hat wieder keine Energie, der Lappen, Alter. Ja, was? Ich bin mal schön L2 bei solchen Aktionen jetzt drücken, haben wir ja gelernt in der letzten Folge. Och, wie die mir ständig reinlaufen. Verpisst euch jetzt. Och, Mann. Ah, nein. Jetzt schieß doch noch mal. Nein, Bruder. Ey, der war safer als... Ja. Ach, Mann. Ja, was ist denn das für einer? Oh, nein. Nein, 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 nein. Oh. Oh. 1. 2. 3. 4. 6. 8. Ja, das wird echt interessant hier noch. Oh, Mann. Ach, Mann. Ach, Mann. Nein, war mein Fehler. Oh, ja, wie er da nur drauf gewartet hat, der Pisser. Was? Hä? Digga, was passiert hier? Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Was war das denn jetzt? Oh. Ja, der Ninja wieder. Das wird nichts. Das wird nichts, Alter. Das endet im Elfmeterschießen. Ich hab's im Urin. Ja, was? Nein. Nein. Mh, da. Oh, wie sie ständig einlaufen, Mann. Rüben. Köpfe. Jetzt. Nein. Ja, war klar. Oh, Mann, ey. Oh, Mann, ey. Oh, Mann. 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 Ok? Das wird andershaarig hier, Alter. Was sag ich euch? Nein! Was war das denn, Alter? Ach, mein, sein Wille ist unten. Ich brauch hier vorne einen mit Spin, Alter. Ja, der hat Spin. Los! Ah, was? Nein! Ach, gut. Das endet im Elfmeterschießen. Und für sowas verliere ich immer, Alter. Ich habe für sowas kein Gefühl, Alter. Ja, der hat auch keinen Spin. Oh, Mann. Ach, das war's. Elfmeterschießen. Das werde ich nicht packen. Ah, nee. Es gibt Verlängerung. Kein Elfmeterschießen. Okay. Dann haben wir Verlängerung. Ohnein. Wie geht es los? Das war's. Das ist ein Erfgeräuschen! 能 für Sie nicht auf den Stoff? Es ist mir immer nach Finalkennen. Beeinträckfります。 Nein! Es ist der Erfgerät. Das ist das, der Herr. Du hast wirklich gut gemacht. Dann werden wir alle auf jeden Fall verletzen und versuchen zu den Kieger zu behandeln. Das stimmt, Herr Herr. Das ist das, Herr Herr. Ich werde die Behandlung mit einem Patienten sehen. Komm, wir gehen zur Kiegerin. Herr Herr, Herr Herr, ich habe mich mit mir gewonnen. Als ich noch nicht mehr auf der Gdwebe verstehe, habe ich gelehrt. Ich habe noch nicht mehr gelegt, dass ich noch auf der Gdwebeer berühren konnte. Ich bin bereit, mich auf der Gdwebe zu den Gdwebe. Ich bin bereit, dass ich schon in meiner Gdwebe bin. Ich habe mich noch nicht auf der Gdwebe gewonnen. Ich habe mich noch nicht auf der Gdwebe gehabt. Ich habe mich über die Hüge gewonnen, und auch für das Hüge zu erfahren. Ich werde mich auch in der Spiel zu spielen. Ich bin... ...Subasa? Ich bin der letzte Mal, dass ich mit dem Hüge zu spielen. Ich bin der Hüge zu spielen. Ich bin der Hüge zu spielen. Ich bin der Hüge zu spielen. das war heute das der kohle das was die mama da war katar oma joshin joshin jetzt noch mal richtig das wasser benzin modot der solle die mattho schwarze die rücker kassel wasser hinsicht Ah ja, wo hat die Dat Ding denn her? Ah, was? Starte, Verlängerung, erste Halbzeit... Bruder! Dann wollen wir mal! Das war's. Das war's. Das war's. Meine Frau hat mich schon überlegend auf dem Dreibe-Shut. Ich habe mir einfach auf dem Dreibe-Shut gelebt. Ich bin einfach auf dem Dreibe-Shut gelebt. Ich habe mich nur auf dem Dreibe-Shut gelebt. Ich bin einfach auf dem Dreibe-Shut gelebt. Jetzt bin ich mal gespannt, was hat er denn vor ihr? Oh, jetzt haben die sogar noch. Nein. Ja, er konnte nicht ganz aufladen. Ich brauche einen Spin, Alter, von was machst du? Och, ist der. Sein Wille ist nicht mehr ganz da. Das könnte eigentlich unsere Gelegenheit sein. Jetzt mal hier noch was zu reißen, Alter. Nein. Nein, 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 nein. Was, wie hat er mir denn die Pflaume abgenommen? Also ich glaube... Los, jetzt aber super. Na, warum geiern die denn nur auf? Ich musste nur ein Tor noch mit ihm machen, Mann. Ich weiß nicht genau, ich bin aber auch, das ist ein Tor. Geht's nicht mehr auf dem, ich bin aber nicht ein Tor, nein. Das ist ein Tor, Tumasa. Ich bin der, dass alle, dass ihr das nur in Brasile sind, allein sowas. Das war ja die weiterentwickelte Form, Junge. Das war ein zauberhafter Schuss, der war einfach zauberhaft. Das war so ein geiles Produkt. Wie ist so? Jetzt müssen wir aufpassen, dass die keinen reinkriegen, Alter. Das war's, oder was? Nee, siehste, geht nämlich noch weiter. Wir müssen die Halbzeit wohl noch zu Ende jubeln hier, aber... Solange wir jetzt hier keinen in die Tüte kriegen, ist die Sache eigentlich safe. Was, seine Energy ist wieder voll? Egal. Was? Nein. Oh, da habe ich einen kurzen Moment nicht aufgepasst. Ah. Da war ich kurz Brain-AfK. Drei Minuten haben müssen wir eigentlich noch. Ich glaube nicht, dass es dann noch eine zweite Runde hier geben wird. In der Verlängerung, ich glaube. Das war's an... Den dürfen wir nicht nach vorne lassen. Rande! Was machst du denn? Als ob da vorne keiner mehr steht, Junge. Das war's. Oder geht's... Gibt doch noch eine Runde Verlängerung, oder was? Bruder. Das werden wir auf jeden Fall... Oh nein. Der kann nicht mehr. Scheiße. Das war's. Ich bin der Ende. Geht es, Tupac. Ich bin der Ende. Wir werden mit dem Kampus wieder einmal mit uns. Ich bin der Ende. Wir sind mit uns zusammen. Ich bin der Ende. Ich bin der Ende. Ich bin der Kampus. Du bist der Kampus. Was ist das? Das ist der Koffer der Koffer. Ah ja, dann würde ich sagen, starten wir mal die zweite Halbzeit der Verlängerung. Boah, das wird langsam. Nein, was? Nein. Scheiße. Ja, Mann. Die haben alle keine Energie mehr, Alter. Es ist andershaarig hier gerade. Eine bitterte Finale hier. Was? Was? Warum, Bruder? Beiseite mit dir, Junge. Was? Oh, wie konnte er den denn nicht halten? Digga. Was? Was war denn da? Ah ja. Guck mal, was das für... Da war wohl die Luft raus. Was? Ich bin der Hauptmanns-Ju-Ga-Kun. Ich bin der Hauptmanns-Ju-Ga-Kun. Die Ausmanns-Ju-Ga-Kun. Ich bin der Hauptmanns-Ju-Ga-Kun. Ah, ja. Nein. Ah, die sind reingeflogen. Aber egal, wir führen trotzdem noch mit einem. Egal, es ist ja noch. Alles safe, Alter. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass die nicht noch einen reinmachen, weil dann ist... Ja, keine Ahnung. Oh, drei Minuten müssen wir jetzt noch durchhalten. Dann haben wir es eigentlich im Sack. Oh. Bruder. Nein, da kommt wieder der... Ah, nein, 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 nein. Oh, dieses Lüya-Kind, Alter. Der geht mir echt auf Piss, Alter. Boah, ja, das war's. Wir haben's safe im Kasten, Alter. So, das war's. Jetzt haben wir's geschafft. Puh, jetzt mal gucken, wie's weitergeht. Puh, jetzt mal gucken, wie's weitergeht. Puh, jetzt mal gucken, wie's weitergeht. Gucken wir mal, wir haben's geschafft. Und jetzt kann er in Ruhe schlafen. Puh, jetzt mal gucken. 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 Ja, ich wollte dich mit ihr. Entschuldigung, Hugha-kun. Ich bin schnell in Brasilien. Ich bin schnell in Brasilien. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Ach, was, die machen jetzt Dings, haben die jetzt... Alter, wie geil ist das denn? Das ist der Serie noch... Ja, wie geil ist das denn, Alter? Ja, Mann. Ja, werden nur noch mehr Erinnerungen wach hier, ne? Geil ist das denn? Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja. Ja, Mann. Ja, Mann. Das war's mit der ersten Story, mit der ersten Episode, Episode zu Barza. Ja. Und jetzt würde ich sagen... haben wir noch...